Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 500 Abonnenten unterstützen wollt, lasst natürlich gerne hier ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und haltet natürlich gerne das Video und folgt mir auch gerne auf Twitch. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute die FNCS Woche 2 spielen. Zusätzlich werden wir dann noch am Abend die Hype Night spielen oder eben halt die zweite Runde der FNCS, wenn wir weiterkommen sollten. Und eventuell werden wir am Anfang auch noch ein bisschen die asiatische Hype Night spielen müssen. Mal schauen, wie viel Zeit ich habe. Heute als Video werden wir wahrscheinlich bei Highlights vom täglichen Duos Cup kommen. Wenn ihr noch weitere Vorschläge für Videos habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir setzen den Item Shop an. Heute haben wir zwei neue Sachen. Einmal einen neuen Emote und eine neue Lackierung. Ich würde mal sagen, wir beginnen aber ganz links. Dort haben wir den Mobser Skin. Der hat ja mittlerweile auch drei Stile. Einmal den Standard-Stil, dann den festlichen Stil und dann den Miliz-Stil. Dazu gibt es dann die Runde-Tasche als Backpack, den Kaug noch mal als Spitzhacke und die Wurflackierung. Dann haben wir als nächstes den Ruby Skin mit der Streif-Schlitzer-Spitzhacke und dann dem Himmelsstreifen-Gleiter. Dann haben wir als nächstes den Fade Skin. Dazu dann den Schicksalsrahmen als Spitzhacke und dann den Spaltflügel-Gleiter. Dann haben wir als nächstes den Fuchus Skin. Dann den Verge Skin. Als nächstes dann noch den Salto-Tastasche Mode. War glaube ich auch schon relativ lange nicht hier im Shop. Dann haben wir die neue Lackierung Farbwirbel. Sieht eigentlich ganz nice aus. Sieht fast so ein bisschen aus wie Feuer. Aber es sind letztendlich nur so Farben, die hier ein bisschen rüberanimiert wurden. Ist aber trotzdem in Ordnung. Dann haben wir auch neu mutige Haltung. Von den Bewegungen auf jeden Fall eigentlich nur relativ wenig. Dafür eine aufwendige Musik. Also finde ich für 500 Ruby Box auf jeden Fall in Ordnung. Dann haben wir auf jeden Fall als letztes noch konzentriert. Ist auch ein Fortbewegungs-Remote mittlerweile. Und ja, das war es dann soweit mit dem normalen Shop. Dann haben wir natürlich noch den Aurum-Skin. Der wird hier noch bis Dienstag dranbleiben. Das heißt, wenn ihr euch den kaufen wollt, habt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Hier hat man einmal die Goldkönig-Variante. Also einmal mit Schimmer und dann einmal ohne Schimmer. Und dazu dann natürlich noch der Gleiter. Der natürlich ebenfalls die Variante mit Schimmer und dann ohne Schimmer hat. Und das war es dann soweit mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt gerne weitere Video-Vorschläge in die Kommentare. Und ich hoffe, es sind uns dann im nächsten Video wieder oder im Livestream nachher. Und bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.